Die Kirche Die Kirche Die Kirche Die geht eigentlich auch noch Hier haben wir die Berghütten Gute alte Berghütten Oh sorry So lala Ich bin wieder da Jetzt haue ich mal schnell Das erste Graffel rein Who you gonna call? Ghostbusters Die Taschenschmer ist ja viel besser Welche? Die riesige Die ist ja viel besser Ein Foto vom Geistangriff Temperatur Elektromagnetisches Feld und Video. Der EMF täte noch anlegen. Mir fällt gerade auf, im ersten Spiel hat es mir gar kein Handy angezeigt. Irgendwas haben wir schon. Ich glaube die Temperatur. Ich glaube das Video. Wir haben Temperatur gemessen. Minus 10, Minus 20. Minus 10, Minus 20, ja. Und das elektromagnetische Feld haben wir angemessen. Schon? Wie viel? Weiß ich nicht. Ähm, das ist gelb. Das Weecherbrät geht schon von links nach rechts und er hat eine menschliche Notiz gemacht. Mhm. Menschliche Notiz. Menschlich, ja. Und Partikelzähler 100-500. Jetzt geht es ab. Ja. Das Weecherbrät bewegt sich von einer Ecke in die andere. Ja. Rundfunkempfänger Voodoo Puppe haben wir noch nichts, oder? Der EMF Sensor, der ist nur im gelben. Einfach rumlaufen. Ähm, wo ist die Voodoo Puppe? Hat er die weggeworfen? Hat er da schon reagiert? Ich finde sie nicht mehr. Ich habe sie nämlich da reingelegt. Ja. Er holt mich. Er nimmt mich mit. Bitte helfen Sie mir. Oh nein. Vivi schaut wie immer noch zu und lädt die Leute im Stich. Nein, die Voodoo Puppe liegt, oder? Nein, nein, ich habe sie jetzt gerade wieder hergelegt. Sie ist vor dem Weg. Wo ist er? Hä? Ah, jetzt. Er hat sie weggeworfen. Voodoo Puppe. Okay. Der Sensor ist auf Null herangegangen. Welcher Sensor? Ja, der Fette, was ich da in der Hand habe. Der elektromagnetische. Ah, okay. Er hat sie aber geworfen in einem Fall. Ähm, es ist der Gehängte. Es gibt nämlich, glaube ich, keine Fußspuren, weil der Krampus können wir noch nicht haben. Also es ist der Gehängte, durchschnittlich und gequält. Ja. Wäre gerade sie noch schnell. Sie ist. Oh. Ja, nein, warte, ich möchte noch ein Foto filmen. Und irgendwer muss noch ein Video machen. Kann man das danach nicht auch noch machen? Achso, weiß ich nicht. Oh doch, das kannst du nachher noch machen. Passt. Wir brauchen nur noch ein Foto. Nein, nein. Das haben wir schon. Video haben wir schon. Ja, wir brauchen nur eine Foto. Perfekt. Wir haben nämlich die Videokamera in der Hand drum. Ups. Ich verstand noch nicht, was das in Klammern heißt. Das steht einmal 100 Dollar und einmal in Klammern da noch. Ich sehe ihn nicht, aber schlag dich. Kannst du vielleicht vier Fotos machen vom Geist? Das glaube ich nicht. Ah, vielleicht beim zweiten Mal kriegst du ein zweites. Nein, aber es ist ja bei Temperatur messen auch und du kannst die Temperatur nicht mehr messen. Ähm, ja, okay. Ah, ich habe ihn gesehen. Es hat glaube ich nicht geholt, oder? Au. Jetzt habe ich ein Foto gemacht. Er hat mich geschlagen. Ja, passt. Bibi, wenn wir es nicht abschließen, kriegen wir vielleicht 25. Wenn wir es abschließen, kriegen wir 100. Ah, ja. Macht Sinn. Könnt ihr mir vorstellen. Ich habe mal schon das Weihwasser dabei. Nimmt irgendjemand. Irgendjemand kann schon mal Kerzen erzünden. Und das Feuersalz vielleicht mit. Weihwasser, Feuersalz. Ah, warte. Ich muss noch irgendwas zum... Achso, ich habe ja was. Ich sehe schon das Feuersalz. Ich habe schon wieder alle Hände voll zum tun da. Ah, da hatten wir schon wieder ein Kast. Das Feuersalz mit. Kerzen im Haus. Goldene Bombe. Da ist schon mal eine Kerze da. Ja, aber wir müssen zuerst noch Weihwasser. Nein, nein, Kerze kannst du im Voraus atmen. Wir bringen dabei die Kerze da. Okay. Okay, ich habe gerade einen verfluchten Spiegel gefunden. Der irgendwie... Ich muss warten, bis du am Heihwasser hast. Aua! Aua! Boah, hat es mich jetzt geschreckt. Der kommt bitte raus. Komm bitte raus. Komm bitte schnell raus. Ich bin raus. Komm schon, griff mich auch. Ja. Wie viel hast du noch unten rechts? Ah, so vier Fünftel voll. Okay, ja. Ja, ja. Okay, Feuersalz. Wer hat das? Oder soll sie machen? Ich habe es in der Hand. Soll sie machen. Ich habe es schon da. Warum? Dann kriegst du Kohle, weißt du? Ja. Also, ja, okay. Komm. Ja. Er griff nämlich gleich gleich. Ja, ja. Habt schon wieder. Boah, das zieht voll viele Dinge ab. Ja, wir könnten da schon mal eine goldene Bombe holen. Und die Tür legen. Ich habe die auch schon in der Hand. Ah, okay. Ja, das mit der Kerze haben wir eh schon. Oh! Okay, passt. Bombe, 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 Bombe. Liegt am Boden. Passt. Okay, passt. Goldene Bombe und dann... Nein, ich hoffe, dir verkack jetzt nicht wieder dreimal. Das wäre nicht gut. Markus, du solltest glaube ich wieder raus, damit dann Vivi her greift. Hopp. Passt. Pokéball. Ah, okay. Ah, okay. Markus hat schon den Pokéball. Fix. Ah, jetzt muss ich raus. Jetzt habe ich nichts mehr zum Schutz, weil wenn er mich jetzt umbringt dann. Was ist denn der Schutz? Ach, warte. Ah, schwebengart. Markus, fangt nicht schon. Nein, 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 warte noch. Easy. Easy. Es kann nicht mehr ausleuchten. Ja, Markus. Oh, das hat gut gehört. Ja, 920. Das war ja fast einfach. Ja, so kriegt man das Geld gut zusammen mit dem Vernunft-Ding da.